Du bist ein sportlicher Fahrer und lass uns auch mal ganz gerne krachen, dann kann der Nordica Dobermann Spitfire 70 Pro wirklich eine gute Wahl für dich sein. Ob das so ist, das Test mit dem Video. Viel Spaß beim Zuschauen. Hi, ich bin der Flo, ich bin Teil vom Testteam vom Deutschen Skiverband und wir testen heute Nordica Ski hier. Bedingungen sind super, Wetter ist super, Voraussetzungen sind also alle gegeben für einen tollen Tag, aber jetzt lass uns keine Zeit verlieren. Ski in Schnee und ab geht die Fasche. Wie ihr gesehen habt, haben wir am Pizzaler Gletscher heute perfekte Bedingungen, perfektes Wetter, perfekte Piste, super griffig. Wir haben den Ski kurze Radien gefahren, lange Radien, die komplette Palette. Ab jetzt schauen wir uns erstmal die Fakten an, bevor wir dann zu den Bewertungen übergehen und dann zum Schluss ein Fazit ziehen. Hier haben wir Nordica Dobermann Spitfire Pro 70, wie der Name schon sagt, mit einer Mittelbreite von 70 mm aus der Familie der Sportcover. Das Besondere an dem Ski ist, dass er nach einem Multi-Radius-Konzept entwickelt worden ist. Das heißt, dass er an der Spitze und am Ende im Slalom-Ski nachempfunden ist und in der Mitte, an der Taille, im Riesenslalom-Ski nachempfunden ist. Das bringt den Vorteil, dass es beides vereint, Drehfreudigkeit und Stabilität in der Kurve. Ich fahre den Ski hier in 170 cm Länge mit einem Radius von 15 m. Empfehlen kann ich den Ski in der Länge zwischen Kinn und Auge. Wenn ihr euch unsicher seid, geht es zu einem Sportzeithausen-Fachhändler, Lattzeugberaten. Aber es ist genug zu den Fakten, jetzt gehen wir noch mal auf die Piste. Nach dem supergeilen Skitag heute heißt es das Fazit zu ziehen. Der Nordica-Ski ist definitiv ein Ski, der aktiv gefahren werden muss. Seine Stärken sind eher im sportlich aktiven mittleren bis langen Radiusbereich. Aber wie man im Video gesehen hat, auch bei hohen Geschwindigkeiten zeichnet er sich durch super hohe Stabilität in den Kurven aus. Also wer einen sportlichen Ski mit bisschen Race-Genen sucht, der ist mit dem Nordica an der richtigen Adresse. Zum Schluss komme ich zu meinen Bewertungen. In der Drehfreudigkeit gebe ich 3,5 von 5 Punkten, weil er durch seine Stärken im mittleren und hohen Radienbereich etwas statisch ist. In der Kategorie Kantengriff gebe ich 4 von 5 Punkten, weil er auch bei hohen Geschwindigkeiten einen guten Kantengriff bietet. Im Bereich Steuerqualität gebe ich 4 von 5 Punkten, weil er super präzise zu fahren ist. Und bei der Laufruhe gebe ich auch 4 von 5 Punkten, weil er sich nicht aus dem Konzept bringen lässt. Unterm Strich ist der Nordica ein eher fordernder Ski, aber wenn man ihn zähmt, verspricht er eine Menge Fahrspaß. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Wenn ihr weitere Videos sehen wollt, klickt es einfach hier drauf. Ich sage Tschüss vom Pistaler Gletscher und viel Spaß beim Skifahren.